hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei ww2k16 unseren kleinen großen riesigen king of the wing und mein gegner ist wieder der onkel hallöchen boah matches ohne ende und ja ich bin gespannt wie es weitergeht wen ich heute spielen darf okay da würde ich sagen du darfst jetzt wählen und zwar zwischen rick flair und cesaro ich nehme cesaro und er ist auf die rechte seite ja ich mag beide ein bisschen aber cesaro noch der gefällt mir echt cool ich fühle mich gefällt mir echt der ist lustig mit seinem ich würde gerne drehen auch wenn der rick flair wahrscheinlich besser ist von den points aber ich denke mit cesaro ein bisschen mehr chancen habe ach 94 guck mal wie hoch der ist ich habe auch den alten genommen okay also nicht den da jetzt drin ist sondern da naja der fitte ja gut dann werde ich wahrscheinlich nicht einfach haben aber ist egal ich möchte gerne cesaro sein tizarro wick flair ja der hat auch eine gute karriere gemacht ein paar gute matches waren dabei kann man nichts sagen und leider schon verletzt also cesaro wenn ich jetzt das ist 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 derzeit verletzt ja mhm und mann king of the wumble pass obwohl er den einen da so geschleudert hat und alle gucken zu das war voll witzig ja gut dann schauen wir mal cesaro dann hier bist du nicht verletzt bitte oh mann uman das darfst du nicht da 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 das geht denn hier ab Oh, ich war auch dran. Ich war auch dran. Das tut mir aber leid. Den kam mir ja bekannt vor, ja. Jetzt hast du ihn raus, ne. Alter, das ist so eine scheiß Aktion. Ach, kacke, ey. Da kommt er auch noch raus. Ich glaub das nicht. Da fällt er auf die Nase und dann kommt er da noch raus. Ha, ha. Und, und. Ui. Eureka. Na, muss ich den kleinen Wick Flair erstmal verhauen hier, ne. Aua. Oder er haut mir auf die Ohren. Natürlich. So gefällt mir das. Nein, so gefällt mir das überhaupt nicht. Und so gefällt mir das. Oh. Nein. Und wir reversalen uns zu Tode hier. Wahnsinn, oder? Ah ja, es ist keine Energie mehr. Das können wir natürlich zu Nutzen machen. Mal wieder. Mal wieder, genau. Aber heißt nix. Ich hab auch schon so verloren. Also von daher bin ich mal ganz ruhig. Ja. So hab ich mir das vorgestellt, meine Freunde. So hab ich mir das vorgestellt. Ah. Von wegen hier mich aus dem Ring rausprügeln am Anfang. Nicht mit den Cesaro. Nein, nein. Ja, das bringt mir aber alles nix. Ich hab immer noch keinen Finisher voll oder S oder was auch immer. Ah, er geht raus. Okay. Darfst du? Und dann kriegst du einen Fuß ins Gesicht. Naja, machst du aber mal nix. Naja, ich will dich nur ein bisschen befummeln. Ja. Schönes Gerät. So, ich hoffe, er kommt jetzt nicht da raus. Aber ihr wisst ja, er ist ein guter Drücker. Ja. Er hat getroffen. Obwohl da irgendwie sehr merkwürdig aussah. Ah, okay. Oh, da bist du aber gut rausgekommen jetzt. La, 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 la. Boom. Das sah ja echt geil aus gerade. Okay, was macht meiner? Ah, macht ihr den Wirbel? Den Wirbel mit dir? Ah, ne, ist was anderes, oder? Ah, okay. Ach, der macht ja dieses... Ah, der macht ja dieses... Ah, der hat mir da nicht schau mal, Jo. Ja, mach ich aber auch mal. Genieß das Auge vom Auge, bitte. Ah, der Move dauert ja eine halbe Stunde. Ist ja Wahnsinn. Ich helfe dir mal kurz. Bitte lass ihn klappen. Nein, du Sau, du Sau. Nein. Und jetzt gibt es mehr für dich auch. Nein, nein. Ah, okay. So ein Aufgabescheiß, ne? Das sah aus, jetzt wird er hier die Ratte hinterm Schwanz herrennt. Ah, gut gemacht. Au! Oh, tödlicher Schlag ins Gesicht. So mag ich das. Au! Aber ich muss sagen, dass meine Anzeige auch nicht mehr gerade so die wildeste ist. So wie ich es mir vorstelle. Ey, was ist das? Aha. Aha. Kennst du? Bomb! Aha. Boah, das sieht voll geil aus, dass du so Flecken hast. Zu deinem Fall. Ja. Das ist scheiße. Dass du da so schnell rausgekommen bist. Das ist echt kacke. Ja, gut, sag ich dich mal. Äh. Schlimm genug. Aua. Oh nein, der Eier-Krapscher. Ja, ich erinnere mich. Rick Flair. Die ganze Zeit. Weißt du da, wie oft ich an deinen Eiern gespielt habe? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich so. Ja, genau den hier. Guck mal, ihr guckt das Gesicht von dem. Oh, ja, das tut ihm richtig gut, ey. Die kleine perverse Rick Flair. Ah. Das habe ich Mist gemacht mit meinem Finisher. Hast du Mist gemacht mit deinem Finisher? Hm. Ah, jetzt tritt er wieder tausendmal. Ja, klar. Musst dich ja verletzen. Nee, ich weiß, was du damit vorheißt. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal überlegen. Ach, so ein Scheiß. Aber es hat einen Finisher gekostet, ne? Das ist ein Finisher-Kasten. Also hier, am Konterpunkt meine ich. Boah, du hättest echt mal vorher immer mal so ein bisschen überlegen, was du so erzählst. Ich weiß nicht, was du da gerade machst, aber es sieht lustig aus. Hm. Ich versuche gerade irgendwie... Ja. ...an meinem Bein rumzufummeln. Hm. ...zum Beispiel. Ah. Du Dreck. Was soll? Ah, das war sogar dein S, oder? Ja. Ach, komm. Ah. Na? Hä? Hallo? Macht er aber ein bisschen mit? Hm. Er macht ja ein bisschen mit. Na, was macht er denn? Ah, ich hab doch gedrückt. Ah, jetzt muss er noch hinhören. Hoffentlich kommt er wieder auf die PS-Tester. Na. Nicht schlecht, ja. Oh. Mein armes Bein tut schon weh. Ja, das ist ziemlich schwierig, meine Freunde, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier machen soll. Doch. Der geht mir da ziemlich auf den Sack. Na. Oh. Dieses Rumgehampel. Ach, ich hab gedrückt, das gibt's nicht. Das ist unfair. Ich hab echt gedrückt. Warum hat er nicht gedrückt? Ja, das ist unfair. Ja, das ist unfair. Bei dir ist es genauso bescheuert. Alter, das ist unfair. Mann. Ja, mein René-Orden hast du nur so rausgehauen. Der reagiert aber nicht. Ja, das hatte ich auch so. Was war im Endeffekt, wo ich mal... Ja, ja. Ja, ja. Genau so ne Scheiße durchgebracht. Ja, sicher. Oh, oh, aber ich hasse es, wenn die Controller nicht reagieren. So. Kennst du's doch. Ja, ich weiß nicht. Hast du ja bei dir auch grad nicht. Du bist ja auch stehen geblieben. Ich weiß, wie scheiße das ist, aber du hast trotzdem nichts weiter. Ja, ich sag ja nur. Du hast doch trotzdem nichts weiter als ein großes, lautes Lachen übrig. Ja, ja. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ja, komm. Ah. Das war ein normales Cover ohne Move vorher gewesen. Das war ein Einroller. Das war ein Einroller. Also ich bitte dich, jetzt reicht's doch mal. Jetzt sind wir mal ein bisschen haarsch. Hier, guckst du was drauf. Ja, ich kann das auch. Also ohne eine Aktion davor. Wie kannst du das? Eins, zwei. Oh, scheiße. Puh. Mann. Ach. Ah. Das ist nicht gut gerade für mich. Nee. Sieht nicht gut aus für mich, liebe Freunde. Sieht nicht gut aus. Oh, war gut rausgekommen aus dem Konter, ja. Komm, jetzt müssen wir klappen. Das ist immer scheiße. Wie geil, ey. Er steht da, er schlägt, weil er guckt so blöd und zuckt noch ein bisschen. Oh, herrlich. Ehrlich. Oh, das steht wieder auf. Bleib liegen jetzt. Oh, steh auf. Hä, wo ist mein Finisher hin? Hä? Ich hab keine Ahnung. Hast du denn hier irgendwie rausgesaugt, oder was? Hä? Ja, ich hab doch die ganze Zeit ein Finisher. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ach komm mal, die Fresse. Ja, was für Finisher. Oh, endlich mal wieder was getroffen hier. Nee, ich hab gesehen. Ich weiß nicht, der war auf einmal weg. Ja. Gott sei Dank. Also langsam geht der Rick Fleer mir echt auf die Nerven, ey. Nein. Oh, schön. Aber das kann man, ey, das werde ich nicht vergessen, ey. Mit dem, ähm... Mit dem geilen, ähm... Sag mal schnell, dass du mich dann noch gekontert hast. Übel. Oh. Was macht er jetzt? Ach so. Ja, okay. Drei Stunden später. Was machen wir in der Zeit? Wie geht's denn so? Und der schleppt sich ab. Ich mein, das kostet doch voll viel Kraft, so eine Aktion. Und bringt überhaupt nichts. Hättest du einfach mal an die Füße machen sollen, dann hättest du den kommischen Zwingen gemacht. Ja, stimmt. Wollte ich eigentlich, aber na egal. Nee, hast du ja nicht. Oh, Mann. Oh, so. Bitte lass durchgehen. Bitte, 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 bitte. Das sieht schlecht aus für mich. Was? Trau dem Onkel nicht. Ja, hat geklappt. Oh, ich dachte, der Onkel blockt wieder. Sauber. Jetzt kriegst du mal ein Cover. One. Two. Nein. Scheiße. Oh, das bleibt spannend, liebe Freunde. Das bleibt spannend. Oh. Nein. Ja. Wieso drückt der die X-Taste? Wieso? Die X-Taste? Oder die Bl-Konta-Irgendwas-Taste. Oh, du Dreck. Oh, du Dreck. Oh, Kammer. Und jetzt, komm. One. Two. Ja. Nein. Ja. Das war schade, weil Weakflair hat ich, glaube ich, mal gewählt, ne? Nein, klar. Naja, ich hab beide ja. Ah, aber egal. Cesaro, den ich haben wollte, ist weiter. Ja. Ah, was ein geileres Match-Same. Boah. Warum schaffe ich's durch gegen den Typen, ey? Das gibt's doch gar nicht. Du bist so selten, dass ich mal gewinne. Okay, weil du einfach, äh, mich gewinnen lassen möchtest. Ah. Geil. Echt geil. Sag was. Du bist, also, darfst noch was sagen, bevor ich ausmache. Ja, keine Ahnung. Spannend. Ich hab, oh. Ich bin langsam etwas sprachlos, muss ich sagen. Das ist überhaupt nix reis hier. Spielen wir das Ganze, würden wir das Ganze ohne Turnier spielen, würde ich gewinnen. Bin ich mir sicher. Ja, bestimmt. Weil, ich bin irgendwie so ein Nicht-Turnier-Mensch. Wenn ich ein Turnier mache, das war schon damals so. Guckt euch die, die alten Dinger mit Crazy Freak zum Beispiel an. Wenn ich da mit dem so gezockt habe, ich habe immer gewonnen. Aber im Turnier nur verloren. Guckt euch, äh, ach nee, das habe ich ja damals nicht ausgenommen. Doch, FIFA-Turnier. Äh, äh, Quatsch. Päst-Turnier. Ich habe ständig gegen Crazy gewonnen. Aber Turnier, ich habe verloren. Das ist bei mir immer so. Ja, wahrscheinlich zu aufgeregt oder so. Eigentlich geht es ja um nichts. Eigentlich bin ich ja gar nicht aufgeregt. Bloß bei bestimmten Personen. Eigentlich nicht, aber ich weiß es nicht. Also, ich fand es auf jeden Fall gut. Und du hast echt, ich habe teilweise schon große Angst gehabt. Und ich habe auch einmal bei dem Cover, muss ich sagen, meinen Finisher geopfert. Weil ich wäre sonst nicht mehr rausgekommen. Wo ich dich gecovert habe und du dagegen Cover gemacht hast, habe ich meinen Finisher geopfert. Ja, das habe ich bei deinem Finisher auch. Ja, ab und zu muss man das echt mal machen. Achso, ja, das kann sein. Deswegen bist du vielleicht, war er dann weg. Nein, das war eine andere Frage. Achso, okay. Ja, keine Ahnung. Dann mysteriös. Ja, auf jeden Fall, liebe Freunde. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Gamer Shack LP vorbei. Und bei mir, Revan Neubir am Kanal. Und sonst, was kann ich noch empfehlen? Schaut mal bei The Division rein. Machen wir beide auch zusammen. Mega geiles Game. Mit Crazy Freak natürlich. Hammer. Und Crazy Freak natürlich auch. Zu dritt. Und wir sind echt gut eingespielt jetzt. Und ja, mal sehen, was uns da noch erwartet. Und hier natürlich. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss. Tschüss.